Es ist eine ganze Menge los bei euch. So, zusammengefasst. Wir haben drei Paare. André und Jolina, Antonino und Monami, Estelle und Leon, die alle kein Perfect Match sind. Ob das gut geht? Wenn ihr mich fragt, nö. Aber eins solltet ihr euch definitiv merken, ich habe immer recht. Ihr hattet die Zeit eures Lebens und ich bin mir zu 1000% sicher, dass ihr mich unfassbar vermissen werdet, aber vielleicht werde ich den einen oder anderen von euch ja wiedersehen bei Are You The One Reality Stars In Love. Bis dahin, denkt an meine Worte. Wir sehen uns wieder. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Applaus. Applaus für die 50.000 Euro, die Desiree auch nicht sieht. Kann ich jetzt ausschalten? Ja. Applaus für die 50.000 Euro, die 20.000 Euro,